Musik Ich stelle fest, dass es häufig so ist, dass wir andere Menschen verändern wollen. Wir wollen sie so biegen und kneten und drücken, dass sie dem Bild entsprechen, was wir von ihnen haben. Wir geben ihnen gute Ratschläge, wir überreden sie zu manchen Dingen. Und immer steht dahinter, du bist nicht so richtig, wie ich das haben möchte, aber... Und dann fangen wir an mit diesen An-Ihnen-Kneten. Mir ging das oft so in Bezug auf meine Kinder, dass ich dachte, ich müsste sie so und so bearbeiten, dass sie dann richtig wären. Aber ich habe erkannt, dass das nicht das ist, was der Herr möchte. Gott ist es, der die Herzen der Menschen verändert. Gott ist es, der der Töpfer ist, wie es im Alten Testament heißt. Und dass er diesen Ton, dieses Bild vom Menschen, dass er es verändert und dass er es bearbeitet. Und dass er es zu etwas wirklich Besonderem, Wertvollem und Gutem macht. Heißt das, dass wir jetzt gar nichts mehr sagen sollen und einfach den anderen so lassen, wie er ist? Das glaube ich nicht. Ich glaube vielmehr, dass wir uns darauf stützen und darauf stellen sollten, dass wir für den anderen beten. Dass wir ihn segnen. Dass wir das, was Gott über den Menschen sagt, einfach proklamieren. Dass wir den Segen Gottes aussprechen. Und dass wir den Menschen selbst loben. Wenn du Kinder hast, dann lobe sie für die Dinge, die sie tun. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen und sie sagte, ich lege dem Kind immer die Hand auf und bete dann. Leise, still. Und ich habe festgestellt, dass das Kind viel ruhiger geworden ist. Viel gelassener, viel konzentrierter. Wenn du vielleicht mit Kindern zu tun hast, die wirklich schwierig sind, die unruhig sind. Die nicht so laufen, wie du es dir wünschst oder wie du es denkst. Ich glaube, es ist gut, wenn wir auf den Heiligen Geist hören, welche Impulse er uns gibt. Und wenn wir immer wieder die Hand auflegen und für diesen Menschen beten, dass wir Gelingen in seinem Leben sprechen. Segen in seinem Leben. Kreativität. Etwas, was ihn im Leben voranbringen wird. Dass wir darüber aussprechen, dass er ein Mensch nach Gottes Herzen wird. Eine Frau nach dem Herzen Gottes. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Dass er in seine Bestimmung und Berufung kommt. Wir sehen oft viele Dinge viel zu menschlich begrenzt. Und wir lassen das, was Gott über diesen Menschen denkt, völlig außer Acht. Aber in der Bibel steht, dass wir segnen sollen. Segen heißt, Gutes aussprechen. Segen heißt, den Segen Gottes über diesen Menschen erbitten und proklamieren und aussprechen. Vielleicht kannst du nicht immer laut über diesen Menschen beten. Das geht nicht immer. Aber du kannst deine Hand auflegen und du kannst im Stillen Gottes Segen, seinen Schutz, seine Veränderung, eine Herzensbekehrung für diesen Menschen erbitten und erbitten. Ich wünsche dir einfach, dass du in dem Bereich, gerade wenn du Kinder hast oder wenn du mit Kindern zu tun hast, vielleicht in deiner Verwandtschaft, vielleicht in dem Freundeskreis, dass du die Chance nutzt, für diesen jungen Menschen, für dieses Kind zu beten. Nicht immer können wir darüber laut etwas sagen, aber du hast die Chance, das Reich Gottes in dieser Weise voranzutragen. Dass du betest und dass du den Segen Gottes über diesen Menschen aussprichst. Ich wünsche dir, dass du erfährst, Gott hat mehr für dich.